Wie geht es um Risiken im Zusammenhang mit dem Border Gateway-Protokoll? Das Border Gateway-Protokoll ist eines der Routing-Protokolle, die im Internet eingesetzt werden. Also Routing-Protokolle dienen ja allgemein dazu, dass man Wegeinformationen im Internet austauschen kann. Und dabei wird unterschieden zwischen Routing-Protokollen, die innerhalb eines autonomen Systems verwendet werden und Routing-Protokollen, die zwischen autonomen Systemen genutzt werden. Autonome Systeme sind dabei Netzbereiche, die eigenständig verwaltet werden. Also hier in dem Beispiel sieht man drei autonome Systeme. Das sind die autonomen Systeme X, Y und Z. Dabei wurde entschieden bei dem autonomen System X und Y, dass hier jeweils OSPF als internes Routing-Protokoll verwendet wird. Das autonome System Z dagegen hat hier ISIS als Routing-Protokoll genutzt oder verwendet dies auch weiterhin. Und die Informationen dann zwischen den einzelnen Netzen, die ausgetauscht werden, also um dort Routeninformationen zu bekommen, das wird einheitlich gemacht. Das heißt, im Internet müssen sich alle autonomen Systeme daran halten, dass sie mit anderen autonomen Systemen mittels des Border-Gateway-Protokolls die Informationen austauschen. Ja, das sieht man dann dementsprechend in der Abbildung hier, hier und auch an dieser Stelle. Ein wichtiger Punkt bei dem autonomen System, also Informationsaustausch und insbesondere im Zusammenhang mit diesem Border-Gateway-Protokoll ist die sogenannte Route-Aggregation. Also das heißt, wenn wir uns jetzt hier dieses Beispiel angucken, hier haben wir einen Internet-Service-Provider A und der Internet-Service-Provider A, der hat insgesamt acht Kundennetze. Deren IP-Adress-Bereiche sieht man hier auf der linken Seite. Und wenn man sich das anschaut, wie werden diese Adress-Bereiche jetzt gegenüber dem Internet bekannt gegeben, dann sieht man, dass das Ganze zusammengefasst wird. Und gegenüber dem Internet, also gegenüber irgendwelchen anderen autonomen Systemen, wird nur dieser IP-Adress-Bereich, also ein Netz, das ein Strichstrich 20er Netz ist, angegeben. Das heißt nicht, die einzelnen 23er Netze hier, wie man es hier auf der linken Seite sieht, werden angegeben, sondern es sind, ja, aus den acht potenziellen Einträgen wird nur ein Eintrag gesendet. Und das hat große Vorteile, denn bei diesen, ja, wenn man sich hier so einen Router im Internet hier anguckt und dieser Router will jetzt irgendwelche Daten zustellen, dann muss er ja eine sehr große Zahl von Netzbereichen potenziell durchsuchen. Und dann ist es natürlich günstig, wenn das nicht acht Einträge sind für diesen Netzbereich, sondern nur ein einziger und man auf dieser Basis die Entscheidung treffen kann. Zusätzlich sieht man jetzt hier noch bei dem Abbild einen weiteren Internet Service Provider B, der auch gewisse Netzbereiche hat und die hier ins Internet bekannt gibt. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn jetzt so eine Organisation den Internet Service Provider wechselt? Also sieht man hier jetzt eine Lücke, weil die Organisation 1, die ist hier runtergewandert. Die Konditionen waren jetzt vielleicht günstiger bei dem Internet Service Provider B und ja, ähnlich wie Sie das sonst auch als Privatperson kennen, wo man ja auch seine Mobilfunknummer zu einem anderen Anbieter mitnehmen kann, dann soll jetzt hier die Möglichkeit gegeben werden, dass die Organisation 1 ihren Internet-IP-Adressbereich mitnimmt zum ISPB, ohne dass die alles umkonfigurieren müssen. Und es ist jetzt die Frage, wie ist das jetzt gemacht hier mit diesen, mit den Adressen da, denn vorher, oder es passt ja jetzt nicht mehr, was der Internet Service Provider A angibt. Wenn er diesen Adressbereich hier weiterhin angibt, dann wird ja gar nicht damit berücksichtigt, dass jetzt hier eigentlich was fehlt dann. Denn ein gewisser Teil des Adressbereichs ist ja nicht mehr vorhanden und ja, und der wird ja dann auch hier zusätzlich Bekannte geben von Internet Service Provider B, damit jetzt die Daten, die ja an die Organisation 1 hier gehen sollen, dass die hier weit, dass die nun im Internet entsprechend hierhin geschickt werden. Und ja, man macht es jetzt allerdings nicht so, dass diese Annoncierung in dem Bereich hier geändert wird, sondern sie bleibt so, wie sie ist. Das heißt, dieser spezielle Adressbereich, der wird mehrfach bekannt gegeben und es gilt dann eine sogenannte Longest Prefix Matching Regel dann. Das bedeutet, wenn ich hier aus der Perspektive eines Routers hier im Internet, wenn der jetzt entscheiden muss, ja, hier sind jetzt Daten, die zu dieser Organisation 1 gehen sollen, das heißt, die diesen Adressbereich hier entsprechen, ja, dass der, er guckt sozusagen, er hat dann, findet zwei Einträge, die da zu passen und dann wird derjenige genommen, der der spezifischere ist. Also das heißt, wo das Präfix mehr Bits umfasst. Hier haben wir ja einen Eintrag, einen Schrägstrich 23er Eintrag, der dazu passt und einen Eintrag mit Schrägstrich 20 dann. Da ist 23, ist halt mehr als 20 und dieser spezifischere Eintrag, also das ist ja auch ein kleinerer Netzbereich insgesamt, der wird hier verwendet und das gilt dann. Also dadurch gehen die Daten dann hier unten rein in dieses Netz und gelangen so zur Organisation 1 dann. Okay, diese Longest Prefix Matching Rule, die hat jetzt dann auch manchmal unschöne Auswirkungen oder es kann halt damit Fehlkonfigurationen geben dann. Insgesamt, ja, also gucken wir uns jetzt hier mal einen Beispielfall an, der aber auch zeigt, dass sich solche falschen Annoncierungen relativ einfach verbreiten können dann. Achso, Annoncierung ist hier der Fachbegriff sozusagen für die Bekanntgabe von solchen IP-Adressbereichen. Ja, im Jahr 2008 entwickelte sich ein Fall, der als Pakistan-Telekom-YouTube-Fall bekannt geworden ist. Also im Land Pakistan, da sollte der Zugang zu Videos von YouTube gesperrt werden, sodass die Inländer dort keine Videos von YouTube mehr gucken konnten. Und das wurde halt von der pakistanischen Regierung beschlossen und die Pakistan-Telekom sollte das dann technisch umsetzen. Also sie wollten dann den Datenverkehr von Inländern zu sich umleiten und ihn dort dann wegwerfen, sodass dann keine Antworten von YouTube erhalten werden können. Die Konfiguration wurde aber insofern falsch eingerichtet, dass das nicht nur Leute aus Pakistan betraf, sondern YouTube-Nutzer auf der ganzen Welt. Und technisch wurde das Ganze halt jetzt auf Basis dieser Longest Prefix Matching Rule hier eingerichtet. Nämlich die Pakistan-Telekom hat einen Adressbereich gewählt, der spezifischer war als der von YouTube. Und so wurde dann halt im Internet bei anderen autonomen Systemen umgeroutet und der Datenverkehr in Richtung der Pakistan-Telekom geschickt, die ihn ja dann nicht beantworten wollte. YouTube, die haben das dann halt gemerkt, dass ihre Videos da nicht mehr abrufbar waren und haben ihrerseits mit noch spezifischeren Einträgen reagiert. Also vorher waren es schrägstrich 22 Einträge, die Pakistan-Telekom hatte dann einen schrägstrich 24 Eintrag daraus gemacht und YouTube hatte ihren eigenen Adressraum dann nochmal geteilt in schrägstrich 25 Einträge. Diese Bekanntgabe diente dann dazu schon, dass die Daten dann wieder in Richtung der wirklichen YouTube-Server umgeleitet wurden, ehe die Pakistan-Telekom die Fehlkonfiguration dann erkannte und es so einstellte, dass es nur die Inländer betraf. Wenn man sich das insgesamt anguckt bei dem BGP, sind diese Schwachpunkte schon seit einigen Jahren bekannt. Und es gab längst nicht nur diesen Fall jetzt, sondern auch noch andere Fälle wie 2010 ein größeres Problem bei einem chinesischen Provider, der ja auch falsche Adressbereiche bekannt gab und zum wesentlichen Umrouten im Internet führte. Allerdings gab es auch schon einige Verbesserungsvorschläge, wie das Secure BGP oder Vorschläge, das BGP standardmäßig mit IPsec zu konfigurieren. Aber diese Ansätze scheiterten soweit und wurden nicht umgesetzt. Ja, es gibt jetzt in der letzten Zeit dann einen neueren Ansatz mit einer Resource-Public-Key-Infrastructure, aber auch hier scheint die Verwendung dann nur sehr schleppend voranzugehen. Ja, es gibt jetzt hier noch einen moneten Ansatz mit einem Schwerpunkt, aber auch hier scheint die Verwendung dann nicht zu sein. Ja. 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 Vielen Dank.